Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch meinen Deichmann-Einkauf, meinen Duplass-Einkauf und Banana Beauty. Und zwar habe ich mir für, ich muss mal auf die Die kam beim Runtergesetz auf sieben Euro. Sieben Euro. Ne, die kam 9,99. Einmal diese Schür. Für so mal. Und dann, die war im Runtergesetz auf sieben Euro, 19 statt 8,99. Habe ich mir die hier noch mitgenommen. So eine Art Ballerinas. Dieses Jahr gibt es keine schönen, finde ich. Und dann für 10,49. Bei Deichmann diese Tasche. Da kann man ihn sehen so. Verstellen, wie man sie. Das war mein Deichmann-Einkauf. Dann machen wir weiter mit. So. Für 5,99 statt 12,99 dieses Geschenk wird. Das zeige ich euch jetzt. Hier ist einmal ein Bodylotion. Ist zu. Lass nicht zu. Ein Shower-Gel. Ein Duschgel also. Dann ist hier eine Handcreme. Und ein Body-Squad. Ist auch verschweißt. Da bin ich mal gespannt. Dann. Das mache ich mal hier raus. Die Dose kommt bestimmt wieder extra. So. Und dann für 9,99 von, statt 14,99 von Richels, ein Body-Swap. Bin ich mal gespannt. Das ist bestimmt verschweißt oder nicht. Das verschweißt. So kann ich euch jetzt leider nicht zeigen. Und dazu gab es einmal diese Probe. Habe ich jetzt nicht. Habe ich jetzt nicht. So. Den habe ich bei Banana Beauty bestellt. So. Und zwar liegt hier immer. Ist das drin? Dann. Das und das. Was. Oh. Diese Geschnipsel. So. So. Und zwar einmal diesen. Lippen. Die Verpackung in sieht doch immer schön aus. Und so sieht der aus. So schön rot. Dann gab es hier dazu eine Hello Body Maske. Gesichtsmaske. Tuchmaske. Hello Body. So als Geschenk. Und dann gab es das hier auch als Geschenk. Praktisch habe ich nur den. So. Muss ich ja mal gucken wie das aufgeht. Dann machen wir mal Blut hier später. So. Dann nehmen wir mal die Produkte raus. Papier. Kann ich weg machen. Den schon mal da rein. Find ja so eine. Das war alles drin. So. Einmal diesen. Ich. Einen Lippen. Das ist eine schöne Nude Farbe. Ich frutsche euch mal. Richtig schön. Mach ich mal den roten auch nochmal. Pinkrot. Der ist mehr pink. Naja. Dann ist hier noch einer. Schlüssel drin. Der ist mehr bräunig. Ja. Der ist mehr dunkelbraun. Da. Dann haben wir hier noch. Eine Volume Mascara. Von meiner Mama Blüte. Die sieht so aus. Lassen wir auch mal ausgepackt. Sonst habe ich keinen Platz. Dann machen wir mal hier. Lippen Butter. Das ist ein. Lippen Butter. Kann ich mal hier auch mal. Wortschen. Butterweich. Und schön. Dann machen wir mal den hier. Glaube ich ein Lippleiner. Lippleiner. Mascara. Auch passend dazu. Butterweich. Passt total schön. Und dann haben wir hier ein Eyeliner. Die Mascara. Wisst ihr nicht mehr. Lass sich zu. Eyeliner im Braun. Manche habe ich jetzt. Ein schön dunkles Braun. Sieht richtig schön aus. Kann ich. Nur sagen. Das waren meine Einkornenslösungen. Das wird jetzt hier meine. Bananakimkiste. Mal gucken. Ein paar habe ich ja schon. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Eure Beauty Baby. Tschüssi. Und dann. Und dann. klick das autumn.